Hallo zusammen sind wir wieder in Clash Artifacts of Chaos und zwar zurück! Diesmal habe ich aber vorher meinen Platz ausgerüstet, habe nochmal gespeichert und bin nochmal aufgestiegen, bevor uns der wieder das Fell über die Ohren zieht oder die Haut abzieht. Ich habe tatsächlich keine Gnade gefunden hier, also keinen Seltplatz und so. Wo ist denn eigentlich der andere hergekommen? Da waren doch zwei, da ist auch nochmal eine Brücke zum runterlassen. Das ist ein Covid, ja das sehe ich jetzt auch. Oder ich weiß es. Wäsche ich aber jetzt ab. Aber jetzt kann ich ihn markieren. Ok. Scheiße, er ist... Hallo? Was, Gerrit? Will ich mich verarschen? Geht? Ich kann nicht! Ok. Wart, wart, wart. Wow! Ok. Ach du Scheiße, das mit dem Spielbereich, das ist so scheiße. Ja, das... ne, also... Haben wir jetzt was gekriegt? Ah, warte mal, was habe ich gehabt? Oh ja! Ich glaube 800 habe ich gehabt, so. Ich weiß es nicht mehr, ich sehe das alles nicht. Ja, du musst doch jetzt irgendwo ein Campingplatz sein, das gibt es ja gar nicht. Und Steinhammer haben wir noch mal. Oh yeah! Oh yeah! So, die Abkürzung. Ja gut. So ist er! Den habe ich nicht gesehen! So ist er! Ja gut, das war schlicht. Du hättest doch die Rauchsäule sehen können, Mensch! Das hättest du doch sehen müssen! Was noch ist denn noch jetzt? Da verschimmelte Eier noch ein paar. Halt drüber! Wo geht's noch weiter? Wo sind wir hin und da hergekommen? Sollen wir noch mal rasten heute Nacht? Nachts aufwachen? Sollen wir das machen? Ich mach's mal, komm! Da könnte man vielleicht mal gucken, ob wir durch die Tonne sind, äh, da kommen. Der steht da nachts da und kocht sein Süppchen, ne? Der kocht nicht, der macht Abwehrsachen. Ah! Will ich gerade mal gucken, ob wir da jetzt... Da guckst du da gar nicht nimmer! Achso, ja, stimmt! Das ist ja wieder woher. Das war jetzt Schwachsinn, was ich da wieder... Ach du Scheiße! Wie hättest du da nachts auch rum? Naja... Da ist jetzt wieder Feier oben, ne? Man könnte da ein Auto... Sonnenbären... Dämmerungsbären, ne? Da können wir jetzt gar nicht weiter. Dann wisstest du, wieso war's, dass wir da jetzt nachts aufgewacht sind? Nur für die Stücke, oder was? Das war jetzt auch wieder absoluter Schwachsinn, oder? Es geht ruhig, nix. Doch, doch, guck mal, da ist die Tür. Achso! So, du konntest die Brücke runterlassen. Ja, aber nicht von hier. Komm doch, mach mal wieder aufwachen. So, Udo, komm, loslafen! Was ist denn da jetzt rum? Ach, der Arna, der... Zauberer, oder was es ist? Ach, das sind zwei Zauberer. Wieso hab ich jetzt keine Waffe mehr? Ach, doch, da hab ich sie. Ach, der Arna hat von hinten angegriffen. Der Hina Wäldler. Ja. Ja, Alter, warte, du fährst jetzt. Oh, ja! Oh, scheiße, voll... He, pass auf! Achtung, Junge! Achtung, Junge! Ich geh auch noch in den Leuchtfeuer jetzt. Kriegen wir die Leuchtfeuer nachgeschmissen, ja. so dann hätten wir die brücke haben noch nicht mehr das lohnt sich nicht moment wo sie mir da jetzt wir sind davon irgendwo da oben gesprungen oder nicht sieht jetzt ganz anders da aus wieder umgestaltet jetzt haben wir aber die arschkarte gezogen und jetzt außerhalb gehst gibt es mehr du arschloch das ist gewollt du hast den auch noch daneben ausgedreht hallo ich wusste mal komme ich da nicht weg das ist so übel da hängst du auch neben dem scheiß direkt dran ok neuer bereich verfügbar scheiß da drauf ach ja wo mietze katze wieder so wenn wir unser zeig wieder haben wollen hallo ich kann mich nicht mehr bewege ja leck mich am arsch ich hab schon fragt auf dem schlauch du kannst du auf den filz ja die punkte das andere ist mir egal habe ich jetzt so jetzt noch mal irgendwie muss man doch so weiter kommen oder ne guck mal überhaupt nicht bekommen vor das gebiet so ist die verschlossene tür jetzt geht's los jetzt ist mein gerdl mein ritual gerdler voll ne so bin hier f ich jetzt ja das war ja klar so Achtung so wenn jetzt wieder einer aus dem Spielfeld raushubst ist der Teufel los ich kann nicht trinken wieso kann ich ihn jetzt nicht trinken du musst die Taste eine Viertelstunde trinken das habe ich gar nicht mehr gewusst okay es gab nicht viel aber ich weiß gar nicht was ich hier mache warum dass ich gegen die gekämpft habe da geht es nur um na jo klar der Hitchat hat nur geguckt ja ich weiß jetzt nicht was ich da mache also ich habe kein progress oder so wie Territorium das Waldgebiet ich würde sagen ich mache erstmal einen Cut schauen wir uns da ein bisschen um und gucken ob wir da jetzt noch was interessantes entdecken okay aber was ist denn jetzt da ist er da kommt der jetzt her so mein Gott ne das wird jetzt noch sein müssen ne okay okay dann erstmal einen Cut gut so da sind wir wieder ich habe mal jetzt versucht einen groben Überblick zu verschaffen hier im Covid Territorium aber das ist gar nicht so einfach weil wir haben hier wenigstens mal eine Tür die wir öffnen können das ist mal schon ein Fortschritt oder selbst wenn ich nicht weiß wo es hingeht ah Moment das Haus das Haus ist glaube ich und da innen sind wir irgendwie gekommen und die Tür war dann zu was hat er da dann haben wir hier eine Truhe und einen Lift habe ich noch gefunden ein paar Kämpfe noch dazwischen drin aber oh was ist jetzt auch da wow ich habe schon wieder drei Fähigkeitspunkte Scheiße und bin eigentlich relativ weit vom Leuchtfeuer hinweg durch so ein so ein Berserker so ein Löwe Löwenähnliches Scheusal ich wollte jetzt eigentlich zum zum Lift zurück um zu sehen ob man dann den Stein den wir da gefunden haben wo er schubsen können ich würde zwar da laufen wir mal zum Lift oh je warte mal wo sind wir jetzt sind wir jetzt das kommt mir ja bekannt vor die Riesetruhe ich gucke was drin ist eine riesige Figur eingesammelt also man könnte was ist dann los mit dem aha warte mal naja ach jetzt sind wir im Geierbereich das war die verschlossene Tür oh je da waren wir aber das ist aber schon eine Weile her da ist unser Leuchtfeuer da unser Gnade da vorne müsste die Tür sein aha da ist das wie hieß das Hornleg ja da geht es dann wieder zurück in die Stadt da unten ist das hängt mir jetzt ein bisschen zu hoch da muss ich ehrlich stehen warum was hat er dann oh oh das habe ich schon bei was hier was ja du ziehst auch nicht alles haben wir jetzt eigentlich keine Waffe ausgerüstet jetzt haben wir da genug und keine Indies ausgerüstet ich bin zusammen verstehe ich nicht ganz wir haben ja im Prinzip den Weg in die Stadt direkt am Eingang auch halt Hornleg ne das war jetzt kein Hornleg das war was anderes da ist unser zweites Zeltplatz da ist unser Wächter der hier sich darum kümmert das Scanner von den Farvidianern in die Stadt eindringen so guck mal das würde mich interessieren was könnte man die Brücke da könnte man da müsste man doch da außer rum können halt ich könnte aufsteigen muss doch so dann irgendwie darüber gehen ach du konntest du nicht weiter irgendwas stimmt nicht vielleicht ist es da die da ist jetzt die verschlossene Tür ja ich weiß dass es gelockt ist aha so guck mal warte mal einen Moment das ist ein Ding ein 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 Freiheitskämpfer da ist die da ist die Hütte da warte mal da hängt was guck mal ja ach gut nee warte nicht noch mal ich krieg noch den Locked-Collar ja dann nützschallung und tropfen oder was oder was der da macht oh die halten dann schon was aus nütz ausweichen das geht nütz ob ich kann nichts machen ich muss warten bis bis er ausgefurzt wird oder was aber den Hammer ja ich will es aber völlig machen da kannst du neu das Loch was hat denn der da jetzt gemacht was haben wir jetzt können wir schon wieder aufsteigen ah nee noch nicht ganz ich weiß nicht wo ich da bin das ist auch so nee da gehen wir jetzt nicht durch oder wo ist der Löwe wow der hält aber was aus hier klopft der auch noch oh bis Wunde bis Wunde kommen nicht gut bei dem Wetter aha so ist der Felsen den Hammer Jogze von der Uni irgendwo ja aber warte mal wenn wir jetzt da runter gehen dann können wir auch wieder hoch das ist ja nicht mal so dann links durch die Dornen müsste man da müsste man durch die dann finde ich doch nie mehr das finde ich im Leben nicht mehr freundet das weiß ich nicht ok machen wir mal anders da ne das geht auch nicht ich muss zurück warte mal wo sind wir da ist die Tür die ist geschlossen Achtung da ist richtig dann machen wir das noch kurz dahinter geht es zum Lift ach komm her das ist doch scheiße da ist unser Zelt so warte mal wo haben wir ne haben wir ja ne gebrauch so Achtung jetzt neuer Bereich verfügbar ach Gott da liegt auch schon wieder so ein Has so entlang ja geh weg ich will da durch ich will nicht hör da auf scheiße Mensch da waren die da irgendwo da 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 das ist nix warum ist das nix ok ja ich bin schon wieder falsch so da sind sie mal gucken ob wir das was ist jetzt er hat uns gefolgt oder was guck mal was er schafft Poseidon warte wow gleich weh kommen wir da runter ja ich geh mal da runter da ist eine Fall warte da ist wieder da ist eine Fall ja ich will da hinten ist die Nacht war ja haut und knochen arme eingesammelt aha haut und knochen kraft plus drei ihnen herr arme habe ich auch noch kaiserin beine was was habe ich für arme ausgerüstet wie du jetzt ja gut los mal komm bis her wurscht jo joh da sind wir jetzt witten das ist es da hätte wir jetzt bei dach gar nicht her gekennt ne oje das ist aber eng hier da ist ja den deckel an dem deckel habe ich mich orientiert so bisschen wo ist die brücke jetzt da nicht und wenn wir keinen donner verbrennen haben dann können wir ja nicht hier rein nicht wo ja und dann können wir rüber gucken wir können wir das so was hängt dort auch ein leder rucksack okay da würde ich sagen wir wachen auf genau jetzt können wir da achso das ging aber schnell udo ja wieviel punkte immer liegt da jetzt noch was anderes achso weiter nuf geht es gut so ich weiß jetzt nicht ob das was ist das doch ach doch gut so prima oder kommen wir da zurück zurück wird wahrscheinlich nicht gehen aber der ohne ist höllenschlund oh ach ich freue nicht was geht ich kann nicht ausweichen naja du bist ja nicht gehen am abgrund weg aufs Auge schmeißen er war nur fertig sagt weg ist er total oder da kennt er nichts so moment mal das immer her kommt das nimm schatz auch hals punkt und gehen mal kurz runter wenn du jetzt wieder da ne hallo das sind aber auch noch mal eine wand durch holzbrett da kann man nicht durch aha ah aha irgendwas haben wir falsch gemacht so wenn den seien ja spezialattacken figur alles klar gut denn der beere brauche das scheint wenigste und wenigste sache zu seudor hier ach das war so ein rund weg gut und gehen mal entlang das ist aber jetzt unter dann waren immer dabei sind und gehen wir nur vielleicht wird sich was gedauert nenne netzer aus heute sieht nicht so aus naja ein versuch was wert oder mal wieder am ausgangspunkt so ich würde sagen das reicht einmal ich gucke mich noch ein bisschen um sind noch zwei türen auf zwei ich weiß nicht was was soll ich hier machen überhaupt hinter den korver der ein großes schild art gestohlen hat erhält sich irgendwo im korver territorium das ist genauso wie mit dem im sumpf gebiet im salzmoor den habe ich auch nicht gefunden naja ich mache einen cut okay dann würde ich sagen macht so bis denne